Und? Wie glaubst du, den Abend zu verbringen? Ich bin für den Walk'n'Roll. So, wir haben Samstag, den 10. März 2012. Wir stehen hier im Studio Soundgate Records von Christoph in Burscheid. Die anderen Musiker sind auch da. Heute fangen wir an mit den Schlagzeugaufnahmen vom Basten. Gestern waren wir auch schon mal hier und haben schon mal die ersten Trommeln aufgebaut. Und schon mal die Auswahl der Becken getroffen. Und wie das so gestern abgelaufen ist, das kommt jetzt. Super! Du kannst den Scheiner doch so rum wie du willst, oder? Weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Das andere gefällt mir besser. Das passt mehr zu unserem Style. Das hat was ähnliches. Das ist ja ähnlich. Aber das ist... Ne, ne. Ja, der Christoph ist mittlerweile auch eingetroffen. Wir sind jetzt im Studio, haben ein Schlagzeug aufgebaut und machen gerade den Sound. Und ja, werden dann denke ich mal umgehend mit den Aufnahmen starten. Ja. 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 Wir haben Sonntag, zweiter Aufnahmetag. Gestern haben wir die Schlagzeuglinien der ersten drei Songs reingekriegt. Und ich schätze mal, wir werden heute dann die letzten beiden auch fertig kriegen. Und gegebenenfalls heute schon mit den Basslinien vom Norm anfangen. Ja. 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 Anderer Sound oder die Obo gehen? Ne, machen wir einen anderen Sound. Okay. Machen wir wieder aktiv. So, dann hätten wir... Machen wir ganz runter. Das ist besser, ne? Jetzt ist er voll auf... Ich kann doch travel noch da rein. Lass mich doch, ne? Ja, super. Das hört sich richtig geil an. Cool. Das hört sich richtig geil an. Cool. Weisal die Richtlinie bei der So지를 twitteren. und die 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 hier aus ö 학 b en Fett! Fettig, oder? Echt schön! Hoffen wir's! Outro